Liebe Geschwister, wir begrüßen euch im Namen Joshua, seid gesegnet. Wir wollen natürlich wieder mal das Evangelium vom Himmelreich Elohim mit euch teilen. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich wieder beten. Herr, wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir für deine Güte, wir danken dir für deine Liebe. Herr, bewahre uns, stärke uns, denn wir wollen dich an diesem Tag sehen, Vater. Bewahre dein Volk, lehre uns und gib uns die Kraft, immer weiter auf dich zu schauen, trotz den Dingen, die wir erleben können, trotz den Dingen, die wir sehen können, hören können. Wir wollen unsere Augen nur auf dich gerichtet haben, denn du bist unser Ziel, du bist unsere Lösung, du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Kraft, du bist unsere Stärke, Vater. Führe uns, jede Sekunde in unserem Leben, im Namen Joshua haben wir gebetet und sagen, Amen. Seid gesegnet, wir begrüßen euch im Namen Joshua, wie gesagt. Wir wollen einfach nur die Gemeinde stärken, die Gemeinde ermutigen, aufbauen, so wie es auch gewünscht ist vom Herrn Joshua selbst. Wir werden lesen im Offenbarung, Kapitel 3, Abvers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes oder die sieben Geister Elohims und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ich werde wach und stecke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Elohim. So denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen, wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wahre Namen, auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich werde nochmal lesen, was mich sehr interessiert hat. Hier ist hier Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Amen. Hier sehen wir, spricht der Herr Joshua, weil die Offenbarung offenbart von ihm. Amen. Und er sagt, er spricht zu der Gemeinde von Sades. Und im Vers 5 sagt er, wer überwindet diese Personen, die überwinden, was überwinden? Diese Personen, die überwinden, die es aushalten, die es durchziehen, die konsequent sind, die entschlossen sind. Diese Personen, die wird er mit weißen Kleidern bekleiden, und er wird seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Wow. Das heißt, er hat auch die Möglichkeit, die Namen einiger Leuten aus dem Buch auszulöschen. Und zwar die, die es nicht überwinden. Amen. Weil es wurde, es gibt auch ein Evangelium, der sagt, einmal gerettet, immer gerettet. Und die basieren auch wie auf dem Vers von Römer, Kapitel 8, Vers 1, da wo steht, es gibt kein Urteil mehr für die, die in Christus sind. Aber leider wurde ein Teil von dem Vers in manchen Bibeln einfach rausgelöscht, also gar nicht reingeschrieben in manchen Übersetzungen. Wir können es mal ganz kurz schauen. Römer, Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keinen Verdammnis für die, die in Christus oder in die Maschia Jeschua sind. Und das war es. Also das heißt, sie haben auch hier in der Version den zweiten Teil ausgelöscht. Einfach weggenommen. Aber da kommt eigentlich ein Komma hin. Und das steht in der richtigen Version oder im griechischen, wenn man für die, die die Sprache beherrschen, das lesen kann, können uns das bestimmt bestätigen. Also es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus und Jesus sind. Und vor allem für die, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach seinem Heiligen Geist wandeln. Amen. Weil die Fleische, beziehungsweise das Fleisch hat Gegensatzte Gelüste von dem Geist. Was wir sehen können in Galater 5. Das heißt, das stimmt nicht. Das ist einmal gerettet, immer gerettet. Nein, aber für die, die überwinden, die, die überwinden, die das aushalten werden, die das durchziehen, die entschlossen sind, für die, die wird er mit weißen Kleider bekleiden. Und er wird den Namen dieser Person, den Namen dieserjenigen bezeugen vor dem Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, vor unserem Elohim Joshua und vor seinen Engeln. Amen. Also lass dich nicht täuschen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Mitglied Gemeinde X, Y oder Z oder ich gehe, ich tue das, ich habe den Herrn empfangen und ich kann tun, was ich will. Ich kann mich weiter befriedigen, selbst befriedigen, ich kann mich, ich kann weiter lügen, ich kann weiter Pornografie anschauen. Nein, 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 nein. Hier steht drin, wer überwindet. Und ich weiß jetzt nicht in welcher Version, wenn wir mal gucken, vielleicht im Schlachter vielleicht, in der Version vom Schlachter. Weil die Version, die ich vorhin gelesen habe, hier über Römer, das ist die Version vom Eberfelder. Wenn wir mal schauen, was Schlachter 2000 sagt. Ich hoffe, dass Römer hier richtig übersetzt wurde. Genau, wir stehen drin, wer ist denn vor Schlachter zu 2000? So gibt es kein Verdammnis mehr für die, welche in Maschia Jesu sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wow, das macht einen Unterschied zwischen dem, was wir vorhin gelesen haben. Weil da vorhin stand in der Version von Eberfelder, es gibt kein Verdammnis mehr für die, die in Jesu Christi sind. Punkt. Nein, aber da wurde ein wichtiger Teil herausgenommen. Sondern im Prinzip nicht gemäß dem Fleisch, für die, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Welcher Geist? Der Heilige Geist. Dieser Geist ist heilig, unendlich heilig. Also wenn du die heiligen Werke tust, gibt es kein Verdammnis mehr für dich. Aber wenn du weiter nach dem Gelüste des Fleisches lebst, dann kann der Name ausgelöscht werden. Aber für die, die überwinden, die werden mit weißen Kleider begleitet und ihre Namen werden nicht ausgelöscht. Was überwinden? Weil der Teufel wird uns niemals loslassen. Er hat gesagt, er versucht, er kommt immer und versucht immer, er wird immer wieder versuchen und kommen, die Kinder von Mascher zu zerstören. Die Dinge zu präsentieren, die du gemocht hattest. Die Dinge, die du damals getan hast. Weil vorher hast du ihm gedient. Inwiefern? Als du gekifft hast. Als du andere Arten von Drogen konsumiert hast. Als du gelogen hast. Als du, wie heißt es, in der Hurerei warst. Als du dich betrunken hast. Und so weiter und so fort. Hast du ihm gedient. Weil das sind seine Werke. Und ab dem Tag, wo du den Herrn empfangen hast. Wo du Brüße getan hast. Wo du sagst, okay, ich höre auf. Ich sehe ein. Mein Leben war schlecht. Und ich möchte jetzt den wahren Weg gehen. Ich möchte den wahren Weg mit dem Herrn Jeschua gehen. Ab dem Moment hast du die Dinge aufgegeben. Aber das heißt nicht, dass die Dinge, dass es vorbei ist. Nein. Der Teufel wird trotzdem, er kennt dich ja. Du hast ihm damals gedient. Und er weiß, die Dinge, die du gemocht hast. Und er wird immer weiter mit diesen Dingen kommen. Diese Dinge vorstellen. Wenn du Musik betrieben hast. Wenn du sehr gerne Reggae gehört hast. Und von Bob Marley und dir dabei eine Geracht hast. Er wird immer versuchen, mit diesen Dingen zu kommen. Dich zu versuchen. Er wird versuchen, dich aus diesem Garten Eden rauszunehmen. Er wird versuchen, dir die Dinge schön wieder zu präsentieren. Ach komm doch, du bist doch noch jung. Komm. Mach doch. Du bist doch noch jung. Du bist doch nicht alt. Du kannst doch immer noch eine Runde feiern gehen. Du kannst doch immer noch eine Runde dich besaufen gehen. Wo ist das Problem? Nein. Es ist ein Problem. Weil es geht hier um die Ewigkeit. Es geht um deine Ewigkeit. Es gibt zwei Ewigkeiten. Eine Ewigkeit im Verdammnis. In Feuersee. Oder eine Ewigkeit in Frieden. Neben unserem Schöpfer Jeshua Hamashiach. Und die Entscheidung liegt in unseren Händen. Was wollen wir? Wir haben Ja zu ihm gesagt. Für die Personen hier in der Offenbarung. Die haben ihn empfangen haben. Die haben Ja zu ihm gesagt. Und diese Personen, die überwinden, die diese Dinge überwinden, die standhaft bleiben, die sagen, nein, ich möchte es nicht. Die sagen, die trotz der Präsentation und trotz der Versuchung und trotz, dass die Dinge sich wieder hin präsentieren werden, nein zu der Sünde sagen. Die Leute werden mit weißen Kleidern bekleidet. Amen. Das ist eine Art von Überwindung. Wir können aber auch sehen in Matthäus 5. Matthäus Kapitel 5. Ab Vers 5 steht zum Beispiel glückselig, die sanftmütigen. Segen, aber in Wirklichkeit heißt es gesegnet. Also nicht glücklich, aber der Segen. Der Segen hat im Prinzip nichts mit materiellen Dingen zu tun. Weil in vielen Gemeinden wird gepredigt, ja, kommt, ihr seid gesegnet. Es wird uns so vorgestellt, dass du gesegnet bist, wenn du viel Besitz hast. Also materiell, Geld, Autos, Häuser und so weiter und so fort. Nein, du kannst die Dinge besitzen, aber du bist nicht gesegnet. Weil der wahre Segen ist, wenn du Jeshua in deinem Leben hast. Wenn du Friede hast, wahre Liebe, Erlösung von dieser ganzen Last. Kommt zu mir alle, die geladen seid und mühseligen. Ich werde euch erquicken. Er wird uns Frieden geben, die die Welt uns nicht geben kann. Er wird uns Liebe geben, die die Welt uns nicht geben kann. Zuversicht, Vertrauen, die die Welt uns nicht geben kann. Kraft und Mut, die die Welt uns nicht geben kann. Das ist der wahre Segen, wenn du Jeshua hast. Das ist der wahre Segen. Er sagt, gesegnet sind die sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Gesegnet, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden gesättigt werden. Gesegnet sind die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Gesegnet, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Elohim schauen. Gesegnet, die Friedenstifter. Denn sie werden Söhne Elohims heißen. Gesegnet, die um Gerechtigkeit Willen verfolgt. Denn ihrer ist das Reich des Himmels. Gesegnet sind die, die verfolgt werden wegen diesem Wort. Wegen dem Evangelium. Inwiefern verfolgt? Die werden euch verfolgen. Die werden euch hassen. Wieso? Weil ihr seht das Licht der Welt. Die anderen sind in der Finsternis. Und die wollen von dem Licht nicht. Also das heißt, die tun Dinge, die in der Finsternis sind. Die töten, die lügen, die hassen, die betrügen. Die sind in Ehrbruch und so weiter und so fort. Und du kommst dahin, du hast das Licht. Du wirst die Dinge nicht tun. Du wirst die Dinge nicht akzeptieren. Du wirst denen sogar die Wahrheit ins Gesicht sagen. Weil du bist auf dem Weg der Wahrheit. Joshua ist die Wahrheit. Diese Leute werden dich nicht mögen, nicht lieben. Die werden dich verfolgen. Die werden dich hassen. Aber wenn es deswegen ist, wenn es wegen der Wahrheit ist, wenn es wegen des Himmelreiches Gottes ist, dann ist es ein Segen. Und der Herr beendet die Sache gar nicht. Der geht auch noch viel weiter. Der sagt, okay, die Leute werden dich verfolgen. Die werden dich hassen. Aber was tue du? Liebe sie. Amen. Bete für sie. Segne sie. Und tu ihm nicht dasselbe. Also nicht Böses mit Böses bezahlen. Nein. Aber wenn die mit Bösen kommen, segne sie. Bete für sie. Wow. Wie kann ein normaler Mensch das mal tun? Geht es nicht. Also das heißt, die Person, die es umsetzt, hat den wahren Segen empfangen. Hat den wahren Segen empfangen. Joshua. Die wahre Liebe. Weil ein normaler Mensch, er würde sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder nicht? Aber wenn du ihn empfangen hast, er verändert dein Herz. Der wahre Segen. Er wird dich befüllen von Liebe. Und du wirst verzeihen. Genauso wie er uns verziehen hat. Amen. Wie oft sind wir gegen ihn gelaufen. Wie oft haben wir gegen ihn gesündigt. Aber er ist gekommen. Er hat seinen Tod verlassen. Er hat seinen Tod verlassen. Er war es gar nicht nötig, es zu tun. Aber er hat es durch seine Liebe für dich und für mich getan. Und genauso hat er gesagt, die Jünger sind nicht viel größer als der Meister. Das, was er erlebt hat oder das, was er getan hat, müssen wir auch tun. Amen. Er wurde verfolgt. Er wurde gehasst. Was hat er getan? Hat er jemanden beleidigt? Hat er jemanden getötet? Nein. Weil er das Licht ist. Die Wahrheit. Wenn das Licht in die Festung kommt, werden die Dinge, die versteckt sind, die Dinge, die dreckig sind, werden entdeckt, warum wir das Licht reinkommen. Amen. Und genauso wie du auch. Wir gehen weiter. Er sagt, Vers 10, Gesegnet sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Gesegnet seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse Lügnerisches gegen euch reden, werden um meinen Wille. Also gesegnet sind wir, wenn sie uns verfolgen und wenn sie sogar falsche Aussagen gegen uns sagen, warum um seinen Willen Dinge, die du gar nicht getan hast, die werden von dir behaupten, du klaust, obwohl du es gar nicht klaust. Die werden von dir behaupten, dass du betrügst, obwohl du gar nicht betrügst. Die werden von dir behaupten, dass du Dinge tust, obwohl du es gar nicht tust. Warum? Wegen der Wahrheit. Wegen dem Licht. Weil du es empfangen hast. Weil du in Wahrheit wandelst. Wenn die versuchen, dich zu beschmutzen mit den Dingen, die sie eigentlich tun. Aber weil du überwindest, weil du es aushältst, weil du dich nicht beschmutzen lässt und dein Herz nicht, wer es anstecken lässt mit Hass, mit Wut oder wie sagt man, du möchtest es zurückgeben, weil du es überwindest, weil du es aushältst, wirst du diese weiße Kleine bekommen. Und er wird deinen Namen nicht auslöschen aus seinem Buch. Amen. Seinen Willen. Das hat nichts damit zu tun, dass du sagst, dass du jetzt gerade, dass du, viele benutzen auch diesen Vers und sagen, ja, ich werde verfolgt. Der Herr hat gesagt, ja, gesegnet oder glückselig sind die, die verfolgt werden, um seinen Namens Willen. Aber was tut er? Er wurde eigentlich verfolgt, weil er fremdgegangen ist. Er sagt, er ist Pastor. Er wurde erwischt mit der Frau von seinem Evangelisten und benutzt diesen Vers. Nein, 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 nein. So ist das nicht gemeint. Seid dein Wille. Wer ist er, seid dein Wille? Von wem wir gesprochen? Von Maschia. Von der Wahrheit. Von dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist der Geist von Maschia. Amen. Also wenn du deine Sachen tust, gewollt, weil du sündigst und dich mit diesem Vers verteidigen möchtest, so läuft das nicht. Es geht hier um die Kinder von Maschia, um seine Jünger, um die, die ihn empfangen haben, um die Kinder, die ihm in seinem Wort wandeln. Amen. Und er sagt, Vers 12, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die für euch waren. Also ist es nichts Neues. Es gibt nichts Neues auf dieser Welt. Die Propheten wurden auch verfolgt, genau deswegen, wegen der Wahrheit. Die Propheten wurden auch gehasst. Warum? Wegen der Wahrheit. Weil die Wahrheit läuft im Gegensatz von der Lüge. Die ganze Welt läuft in die eine Richtung und du läufst in die gegengesetzte Richtung. Und deswegen werden die Leute dich hassen. Da, wo die Leute von dir verlangen wollen, dass du über Themen redest, die seinen Namen nicht ehren und du das nicht tust, bist du automatisch der Außenseiter. Du wirst ausgelacht, du wirst zur Seite getan, du wirst vielleicht gemobbt, aber die, die überwinden deswegen, die werden mit den weißen Kleidern bekleidet. Und deren Namen werden nicht aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. Wow! Was heißt, es lohnt sich, es auszuhalten. Es lohnt sich, Liebe weiter auszustrahlen. Es lohnt sich, das Evangelium zu leben. Es lohnt sich, dem Herrn Mascher zu folgen. Denn es wird ein Preis, wir werden einen Preis dafür bekommen. Einen Lohn dafür bekommen. Das ewige Leben mit ihm. Friede mit ihm. Ich wollte uns einfach nur ermutigen. Gebt nicht auf. Trotz der Verfolgung. Gebt nicht auf. Trotz, dass man euch mobbt, dass man euch auslacht. Gebt nicht auf. Und vor allem, hasst diese Leute nicht. Fallt nicht in diese Falle. Weil wir müssen mit reines Herzens in den Himmelreich Gottes kommen. Ehrlich gesagt, die, die reines Herzens sind. Und der Teufel versucht auch manchmal, uns mit diesen Dingen zu erwischen. Dass du dann vielleicht, dass sich Wut wiederentwickelt hast. Oder die Dinge, die du früher in deinem Herzen hattest. Nein, 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 nein. Überwinde diese Dinge. Überwinde es. Und du wirst sehen, es hat sich gelohnt. Denn an dem Tag wird es keine Verfolgung mehr geben. An dem Tag wird es keinen Hass mehr geben. Keine Bewussthaftigkeit mehr geben. Aber wahres Leben. Frieden. Ewiges Leben. Mit unserem Schöpfer, Joshua Hamashia. Der, der überwindet, wird ihn sehen. Der, der Nein zur Sünde sagt, wird ihn sehen. Der, der Nein zu diesem... Der kein Mitläufer sein möchte. Ganz einfach. Der wird ihn sehen. Warum? Weil die Masse läuft noch da und sagt, komm, mach doch auch so Nein. Sagst du, nein, 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 nein. Die Wahrheit lebt. Und die Wahrheit auch... Die Wahrheit nicht nur redet, aber die Wahrheit auch lebt. Der das Wort lebt. Der im Wort wandelt. Bis an seinen letzten Atemzug. Wie Stephanus zum Beispiel. Wie Paulus. Wie der Meister selbst, Joshua Hamashia. Der wird ihn sehen. Amen. Gebe nicht auf. Gebe nicht auf. Denn es lohnt sich. Gebe nicht auf. Denn unser Heiland ist viel näher, als wir geglaubt haben. Gebe nicht auf, sondern überwinde. Gebe nicht auf. Weiter fürbitten. Wenn er dir sagt, du sollst fasten, tu es weiter. Gebe nicht auf. Denn dein Lohn kommt. Wir werden kurz lesen. Offenbarung 22. Offenbarung 22. Letzte Buch. Offenbarung 22, Vers 11. Wer Unrecht tut, tue nur Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir. Und um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Er kommt bald. Mit der Vollzeitgeschwindigkeit. Derjenige, der noch Unrein ist, ist dein Problem. Tu es. Du hast die Wahl. Derjenige, der heilig ist oder gerecht ist, tue noch Gerechtigkeit. Trotz der Ungerechtigkeit, die du erleben kannst auf der Welt. Tue weiter Gerechtigkeit. Lebe es aus. Tue, gebe nicht auf. Derjenige, der sich heiligt. Der sich von den Dingen trennt. Die der Herr ihn offenbart. Zigaretten, Drogen, Hass. Und die Dinge, die in unserem Herzen sind. Können wir zum Beispiel sehen. Der hat gesagt, nicht, dass das in unseren Mund reinkommt. Das verunreinigt uns. Aber das, was aus unserem Mund rauskommt. Das verunreinigt uns. Denn es kommt aus unserem Herzen. Diejenigen, die sich von diesen Werken trennen. Vom Hass, von Habgier, von Betrug. Und so weiter und so fort. Die sich weiter heiligen. Die sollen sich noch weiter heiligen. Ermutigt euch. Heiliget euch noch. Die Gerechtigkeit. Seidet noch gerechtiger. Tut noch Gerechtigkeit. Übt es noch aus. Macht weiter. Denn siehe, ich komme bald. Ich komme sehr schnell. Und sein Lohn ist mit ihm. Um jeden nach seinem Werk zu bezahlen. Was ist unser Lohn? Das ewige Leben mit ihm. Wir werden dieses weiße Kleider haben. Unsere Namen werden nicht ausgelöscht. Im Buch des Lebens. Das ewige Leben. Aber die Leute, die Unreinigst tun. Das heißt, die haben auch ihr Buch. Aber nicht das Buch des Lebens. Aber das Buch des Verdammens. Aber du, überwinde. Überwinde. Gebe nicht auf. Tu weiter. Lebe das Wort. Und dein Lohn kommt. Unser Lohn kommt. Unsere Befreiung kommt. Unsere Erlösung kommt. Yeshua Marschia. Seid gesegnet im Namen Jeschua. Amen.